Hallo Leute, Hedgecom auf Nights at Regen und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, noch nie so ein bisschen schwer. Wie wir dieses Spiel tatsächlich gespielt haben und ich hab mir gedacht, komm, spielen wir das Spiel mal heute wieder. Ähm, und wir gehen jetzt auch direkt da hin. So. Und da ist mein Hund, okay. So. Ähm, nicht wundern, ich bin ein bisschen krank, das heißt, ich klinge ein bisschen anders. Ähm, ja, Fahrzeuge. So, auspacken. Dann fahren wir mal los. Nicht wundern, dass ich ein Kind bin, weil somit verdiene ich doppeltes Geld, wenn ihr versteht, was ich meine. Na, so ich fand die Dinge damit zweifaches Geld, als wenn ich jetzt erwachsen wäre. Ja, deswegen hab ich's so gemacht. So. Aufhebe, komm mit. Warum kann ich die nicht nehmen? Hm, egal. Komm mit. Ach, wahrscheinlich, weil es kein, ähm, kleiner Hund mehr ist. So, jetzt sind wir auf der Pizza Party. Pizza Party. Pizza Party. Oh yeah. Essen, Kinderwagen. Tricks. So. Gleich fertig. Favorit, raus, hier. Ja, ich hab nur eins. So. Können wir wieder raus. Jetzt hab ich grad gar nichts zu tun. Wow. Da ist mein Mini-Auto. Können wir ja jetzt erstmal wieder nach Hause fahren. Upsala. Oder warte mal. Wo ist dieses, äh, Haustier-Dingen? Nee, da hab ich nicht rein. Weiß ich nicht. Oh, hier müsste doch dieses Eindings kaufen sein. Ha. Egal, dann fahren wir erstmal wieder zurück. Okay, fahren wir erstmal wieder zurück. Ohne, äh, ohne, äh, in dem Ding, äh, reinzufahren. Ich habe Durst. Ja, dann fahren wir jetzt nach Hause. So, packen wir unser Auto hier. Komm, mit Hund. So. Äh, dann müssen wir einmal nach oben wieder. Damit er, äh, trinken kann. Hm, 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 hm. Hier. So. So. Ich habe Hunger. Okay. Dann esse ich mal. Essen, essen. Ich esse gerne. Warte mal, Hausbearbeit, Wände. Hm. Ja, könnte man so lassen. Nee, weiß sieht ein bisschen kacke aus. So, Boden. Ja, weiß ich nicht. Oh ja, das sieht schon mal meister aus, ja. Dann schieben wir das. Äh, hierhin. Ist auch. So. So. Bearbeitung beenden. Ja, und. So. Kommt das nämlich da hin? So. Aber warte, das könnte auch eigentlich hier hin. So. Da. Zack. Haben wir das schon mal ein bisschen geändert? Was ist hier eigentlich? Ach, irgend so ein... Ach, nee, das ist, ähm, mein Schlafzimmer. Okay, hier müssen wir die Wände auch einmal weiß machen. Also, das, äh, kommt weiß. So. Das bleibt auf jeden Fall weiß. Okay. Okay, jetzt müssen wir erst mal schlafen. Und. Und ich. Trinken hab ich nicht. Ah, dann müssen wir jetzt erst mal auf Trinkjagd gehen. So, Hundi, dann holen wir mal was zu trinken, hä? Ja, für mich. So. Ab ins Auto. Und los geht's. Jetzt ist er auch schon jugendlich geworden. Weil ich muss mal kurz das trinken, Leute. So, weiter geht's. Ah, hier ist ja schon der Trinkending. So. Geh mal rein. Ah, übrigens, ich bin keine... Hier, ne, das steht einfach nur. Kaffee kaufen, Tee kaufen, gibt's ja auch was anderes. Oh, ne, nee. Nämlich Tee. Fünf Stück hab ich jetzt. Ja, jetzt hab ich noch mal. Vier, fünf. So. Ah, jetzt hab ich zehn. Okay. Und dann nehm ich das mal für mich. So. Komm, trinke schneller. Okay, zack. So. Jetzt können wir wieder nach Hause fahren, weil wir duschen müssen. Okay. Dann gehen wir mal duschen. So. Heben, wir duschen. Duschen, 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 duschen. Wir gehen duschen. Oh, jetzt sollen wir auch noch zum Salon. Naja. So, geht er erst mal duschen und dann ich. Salon, sollen wir beide gehen? Okay. Gehen wir beide da hin, ne? Wenn er mal fertig ist, so. Und ich duschen, beziehungsweise baden. Dann gehen wir da hin. Oh, nee. So. Komm, wie tun? Duschen, duschen, Salon. Dann mal aus. Dann mal aus. Dann mal aus. Dann mal aus. Ah, hier ist der Salon, okay. Hey. Steht, so. Dann gehen wir rein. So, jetzt müssen wir eigentlich stehen bleiben. Ah. Nee. So. Sammelbau. okay ist das hier föhnen ich kann mit den okay ich würde sagen das war es mit dem video wenn es euch gefallen hat lasst gerne einleiten Abo und Kommentar da schaut doch gerne in der Videobeschreibung bei Discord vorbei ist dort verlinkt Euer Sandro Ciao